Los, rein, naja schon. Wer war das denn gerade? Oh, ich... Ich weiß nicht, äh... Oh, es gibt es nicht. Ich bin einfach reingelaufen. Ja, das war gut. Bei mir hat es nicht ausgelöst, als ich drin war. Du musst komplett bis den Kopf durchlaufen. Ja, war ich. Äh... Ich war auf der Letzte. Gebiet nicht sicher, irgendwas war tot. Oh, ich höre nur so klick gestackt und ich denke mir so, leck mich am Arsch. Ich sehe, der erste ist tot. Ist der zweite, ist egal. Ich laufe hin. Gebiet nicht sicher, gebiet nicht sicher. Ich hatte zwar den Besucherfahrer gefunden, aber... Ja, ich konnte ja mit meinen Raketwerfer hier nicht reinschießen mit meinen. So, den habe ich da drinnen gefunden. Den habe ich da auch kurz gehabt. Also, ich wollte gerade abdrücken, aber der hat die Sequenz aktiviert. Da wurde ich gerade richtig nervös. Das war knapp. Wir sind bei uns. Menschen und Verieten. Kommen Sie nicht mit uns, Bruder. Nein, das ist unser Kampf. Das Ding sollten wir nicht irgendwo landen. Johnson, haben Sie die Fregatte? Ja, ma'am. Ich lande Sie so nah am Kontrollraum wie möglich. Sicher ist besser als nah, Sergeant Major. Roger. Und ma'am, es ist schön, dass Sie wieder da sind. Der Master Chief und seine Flugkünste. Ja. Halo, es ist so neu, so unfertig. Ich bin mir nicht sicher, was geschieht, wenn wir ihn abfeuern. Wir kehren zum Portal zurück. Und wir kehren alle heim. Oh, was ist das hier? Schön. Schnee. Wow. Hi. Gibt es hier noch was Leckeres? Oh, guck mal hier, was hier alles rumliegt. Oh, ist ja schön. Die DMR ist aber noch nicht dabei, ne? Ne, ne. Die gibt es erst beim Bispaar. Gehen Sie über die Klippen. Das sind ein paar viele Partikel. Falls wir sollen über die Klippe springen? Die Klippe springen. Oh, ich habe mich da. Ich habe mich da. Das ist gut. Oh, ich habe hier einen Schädel gefunden. Wo, 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 wo? Ja, hier ist ein Schädel. Mach das irgendwas nicht. Schade. Ja. Beim letzten Mal war das was Besonderes. Oh, ja. Ich habe ihn aufgehoben. Herzlich. Wo ist das Schädel? Wo ist das Schädel? So gut ist. Ja. Der Kontrollraum ist nicht weit. Was seid ihr denn? Tja. Versteckt. Ach stimmt. Der ist gleich am Anfang. Was machst du jetzt mit dem Schädel? Was ist denn? Ich habe in der Hand. Dein Schatz. Dein Schatz oder was? Mein Schatz. Sag es. Sag mein Schatz bitte. Mein Schatz. Bitte noch einmal die Hocke. Mein. Mein Schatz. Mach dir mal? Ich will das auch mal sehen. Ne, ich kann den nicht aufnehmen. Mit E. Einfach E drücken. Oh, das sieht zart. Das ist geil. Das sieht aus, als wenn ich ihn essen würde. Nein. Ähm. Habt ihr jetzt auch alle das Achievement? Ja, das hast du mit uns. Geteilt. Ja. Dann nehme ich den. Ich glaube irgendwas konnte der. Echt? Ich weiß nicht. Ich glaube das war nicht One-Hit. So ein übelst starke Nahkampf. Schlag mal Jakarta bitte. Schlag mal Jakarta bitte. Schlag mal Jakarta bitte. Schlag mal Jakarta bitte. Nicht mich. Ich weiß nicht. Nö. Also das Schild ist komplett weg. Okay, das ist vielleicht noch stark. Okay. Ich nehme den einfach mal mit. Warte. Äh. Ich brauche halt mein Schild. Ich brauche auch dein ganzes Schild. Ja, ja, ja. Aber ich behalte ihn jetzt einfach, weil ich kann mit dem ranzoomen. Bitte. Ja, ja. Also wie mit einem Scharfschützengewehr das Interface habe ich. So, so, so richtig ranzoomen? Hm. Ja, anvisieren. Ja, so einfach zoomen oder doppelt zoomen. Ja. Guck mal. Ohne, ohne Skalierung. Es zoomt einfach an. Huu. Oh. Äh. Ach, ja. Oh, hier gibt's eine mit Hammer nämlich. Dachtest du, ich wäre besch whole. Flattverbreitungskapsel. Der Kontrollraum liegt an der Spitze dieses Turms, Chief. Los! Du musst weiter mit dem Schädel umexpernieren. Das ist sehr wichtig. Oh, keine Munition mehr. Oh, ich bin es gewohnt, ein Schwert zu haben. Das ist ja so wie doof. Oh Gott. Oh Gott, ist das Ding stark. Huh, der lebt noch. Der lebt immer noch. Hoch! Ja, nicht schlimm. Ich lass mal den Schädel hier liegen. Das sieht so cool aus, mit den Granaten. Ich glaub, man kann mit dem irgendwas machen, aber... Ich hab grad keine Ahnung. Oh, ihr seid beide tot? Ja? Ja. Aber nach hinten rum ist alles frei. Hinter dir ist bloß ein bisschen was. Oh, du bist direkt in Ruhe zu werden. Danke. Oh, glaub nochmal. Au. Voll ins Gesicht. Jetzt hab ich gar keine Munition mehr. Geil. 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 Weiter nach hinten. 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 Wo ist denn hinten? Ja, hinter dir. Siehst du, wo meine Leiche... Äh, ich weiß jetzt rein hypothetisch. Ich mein, eigentlich hab da... Ja, jetzt zieh ich dich nicht mehr. Äh... Hä? Weil warum... will dieses Drecksding nicht sterben? Ah, bitte. Oh, bitte. Ja, gut. Sie haben fast alle getötet. Sehr geil. Da ist der Schädel. Ich will nie. Nein, nein, nein. Ne. Ne. Das ist ja okay. Ich. Puh! Das sind echt viele. Jetzt sind schon weniger. Ich glaub, einmal. Es gibt Headshots. Voll nicht. Egal. So. Neja. Da brauch ich nicht gehen, ne? Na, oder? Feicht. What? ... Wie sich alle so platzen, ist ja geil. Ich schmeiß die Granate und läuft auch noch genau hin Ich bin doch noch am Leben Au Au Ich bin tot Ich kenn die Stelle, wo man sich verstecken kann Toll, ne? Ich lasse die Laserdinger ein bisschen Arbeit machen Au Du kommst hier nicht vorbei Au Ey Au 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 Da haben wir noch mal Laser-Nichter genommen. Nö! Ui! Ui! Ah! Äh, ist die mit John's Null gegangen? Die was? Äh, John, die mit John's Barton Laser. Nein, ich wollte ihn gerade abknallen. Oh Gott, oh Gott. Hint er uns, hint er uns, hint er uns. Oh Gott! Das war zu gut. Der könnte haben ihn exakt gleichzeitig gestorben. Ja, mit einem Bisch hat er euch, hat er euch. Mit einem Bisch ist alles gut. Das ist ja immer ein bisschen weg. Ach, Mann. Wenn er in dieser Form ist, dann einfach ein, ein, ein. In den Kopf gehen würde er nicht dürfen. Woh! 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 Ich gebe Ihnen Deckung, Chief. Wir treffen uns an der Spitze dieses Turms. Woh unuentları primary тем. Woh! 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 Wenn der für Derempotor werden kann, dann bin ich face色 espe ese... allmäh! Woh! Ich zeig mich! Du guckst! Hey,�, dass he va! Wie gel�t... doch da gibt es eine sichere stelle der ist tot ich hoffe doch sie kommen von hinten überall Nein, stopp doch, Eifer. Oh, Vorsicht. Das war keiner. Das ist Asche. Hombus? Du warst. Oh sehr geil Ja ne Und jetzt gehts Gesicht ab Ah das droht Ben Johnson noch was schießt Und ich fahr Und Ciao Wieder da Ja gut Da kommt gleich ganz viel Spaß von hinter euch Was? Ach sie springen alle da unter Ok gut Ne das funktioniert nicht Schade Hey Versuch wer es verärrt War es ein bisschen wutschig Danke da lass uns bei dir in der Hecht irgendwo über Bin schon da Ähm Hinter mir ist auch noch Spaß Ja Ja Toll Ja Schade Das hat uns echt bei Ich sehe die Drohne die gerade vorbeigespritzt hat Ich sehe die Ich sehe die Ich sehe die Ich sehe das Das ist ein bisschen Der 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 Ja okay, jetzt kommen wir da unten. Oh. Oh. What? Sie sind umgedreht. Sehr geil. Also, ich hätte gerne wirklich ein bisschen Munition. Hier liegt doch was rum. Naa, aber nicht für meine Waffe. Oh Gott, jetzt kommt doch, äh... Die Kontaminierungsprotokolle erlauben leider nicht, dass... Ja, ja, Schatz bei mir! War das der Illuminat? Sie sagt nicht, dass er hier ist. So, ich werde irgendwo hingehen, wo ich ein bisschen Deckung habe. Wir tun endlich, was er wollte. Ach, das sind die Dinger. Okay, gut. Ich werde erst mal aktivieren. Okay, gut. Good choice. Nice. Aufgespot. ich bin einfach zwei etagen runter gesprungen zwei etagen ja die sind wir eigentlich hinterher gekommen oder müssen wir hier wieder da da wo ja in der richtung auch feindliche verstärken auch kacke tot auch damit habe ich nicht gerechnet das war so wir wissen ja auch Genau, zum Dude, T-88. Da oben scheint es abzugehen. Ja, die zerstören unsere Wächter drum. Ja, da kommen wir hoffentlich neue. Ja, das ist ein gemeinsames Stück Bauteil. Und ihr so? Schön spazieren gehen? Ist doch herrlich, wenn man so ein bisschen leerer ist. Ja. Hat der echt Autsch gesagt, der eine? Oh, hi! Zum Glück war es grün. Aufmachen! Die Küste ist sauber! Nicht lange, ich registriere weitere Verbreitungskapseln. Sie schlagen jeden Moment auf. Chief! Gebieter! Abmarsch! Ist in der normalen Kampagne auch dieser Gebieter dabei? Ich glaube, ja. Raffach, raffach, mein Teufel. Nehme ich Leben oder gebe ich es? Wer ist Opfer? Und wer feind? Es versucht, sich auf diesem Ring selbst zu erneuern. Beeilung! Der Kontrollraum ist ganz nah! Sehr gut. Ich wäre gerne Johnson. Echt? Ja. Was darf ich? Wir sind zu dritt. Nur zu, Chief! Ich werde sie nicht auch verlieren. Oh, hallo! Gute Nachrichten! Die Installation ist fast komplett. Großartig! Ja! Nicht wahr? Ich habe die Simulationen gestartet. Nichts Konkretes. Aber erste Ergebnisse zeigen, dass die Anlage feuerbereit ist. In nur ein paar Tagen. Wir haben keine paar Tage. Aber, aber, vorzeitiges Abfeuerung zerstört die Arche! Fünden Sie sich damit ab? Führt zur Zerstörung dieser Installation. Inakzeptabel! Inakzeptabel! Absolut inakzeptabel! Au! Das Protokoll verlangt Aktion! Jetzt erkenne ich, dass es falsch war, Ihnen zu helfen! Sie sind das Kind meiner Schöpfer! Erbe von allem, was Sie zurückließen! Ihr gehört zu den Blutsvätern! Aber dieser Ring gehört mir! Ja!